Ja, Moin meine Kinder, ich bin's wieder. Euer Papa und Willkommen bei Grönlandes TV. Ich hoffe, euch geht's gut, denn mir geht es besser. Ein Familienmitglied ist wieder ein bisschen fitter unterwegs. Aber nicht den Tag vorm Abend loben. Ist halt eine alte Socke. Naja, sonst geht's mir wunderbar. Jetzt geht's zur Schicht erstmal. Boah, die Sonne böllert wieder. Heute waren wir nicht am Pool, heute haben wir nur zuhause gechillt. Und hab natürlich ganz viel mit meiner Freundin telefoniert. Grüße gehen da sehr schnell raus, mein Schatz, ich liebe dich. War auch mal wieder Zeit, mal ein bisschen längeres Gespräch zu führen, als wieder nur 2-3 Minuten oder so. Und dann haben wir schön lange geradet. Ja, Sonne an sich. Die Sonne an sich knallt richtig runter hier. Ist übelst warm. Ich hab auch schon gehört, in Deutschland soll's auch jetzt die Tage richtig scheppern, was die Sonne angeht. Also cremt euch ein, dass ihr nicht so Sonnenbrand kriegt wie ich. Ja, aber ansonsten geht's mir gut. Wie gesagt, ich halt mein Gewicht gerade so bei 98, 99. Immer so am Schwenken. Wenn ich mein Cheat Day hatte, den Tag danach sind's halt 100, aber ist halt so. So, wir fahren jetzt zur Arbeit und ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. So, all right. Vielen Dank.